Der frühere ukrainische Nationalspieler Hennady Orbu hat heftige Kritik an seinem Landsmann Andrija Molenko geübt. Er ist nicht mal gut genug, um das Level von West Ham United zu erreichen. Und sind letzter, wird der 48-Jährige von der Zeitung Express zitiert. Er lebe die Premier League live und auf Abruf auf der ZN. Jetzt Gratis-Monat sichern Jamulenko war nach einer schwachen Saison mit lediglich drei Bundesligatoren im Sommer von Borussia Dortmund nach England gewechselt. Orbu, Jamulenkos Zeit im Ausland, ein Fiasko, es tut ihm jetzt schon leid, dass sie Borussia Dortmund 20 Millionen gezahlt haben, sagte Orbu weiter. In seinen bisherigen fünf Pflichtspieleinsätzen für die Hammers blieb der 28-Jährige Offensivspieler blass. Sein Team ist in der Premier League mit null Punkten und zwei Uhr zehn Toren das Schlusslicht. Punkt. Schon bald, so prophezeite es nun Orbu, werde Jamulenko in seine ukrainische Heimat zu seinem Ex-Club Dynamo Kiew zurückkehren, und dann werden wir feststellen, was für ein Fiasko seine Zeit im Ausland war. Mehr zu West Ham United und der Premier League. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017